Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen Willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr vielleicht wisst, ist seit längerem die Luz Lee in Winterberg komplett geöffnet und ich dachte mir, komm, wir nehmen die uns jetzt einfach mal vor, auch wenn da einige Dinge drin sind, die schon ordentlich heftig sind und vielleicht nicht ganz so meinem Level entsprechen. Nichtsdestotrotz wollte ich gerne ein Video dazu machen und einfach mal meine Meinung dazu sagen, warum diese Line so krass gehypt ist und ob sie eher Top oder Flop ist und was ich davon halte, ob die mir Spaß macht und so weiter und so fort. Oh, Jungen, ich bin zu hier, ich bin zu. Oh. 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 Woohoo! Ah, die sind so stark. Zgezwung, wach, wach. Zgezwung. Zgezwung. Alter Puh, komplett hart Ah, zu kurz Also ich bin nicht genau sicher, ob es an meiner Ausdauer liegt oder ob die Strecke einfach ultra anstrengend ist, weil man so lange irgendwie im Bike steht Oder weil wir schon länger unterwegs waren, aber ich musste zwischendrin tatsächlich mal eine Pause einlegen, weil ich mich nicht so lange konzentrieren konnte Gerade der erste Teil der Strecke, da passiert eigentlich gar nicht so viel und erst auf dem zweiten Part, der ja schon länger offen ist, kommen wirklich dann viele, viele coole Elemente Aber alles in allem ist die Loose Lee einfach super cool, ich glaube, wenn man die mega oft fährt, beziehungsweise ein paar Mal öfter vielleicht auch nur Und weiß, welches Tempo man wo braucht, dann macht die einfach mega Bock Also wenn ich es nochmal nach Winterberg schaffe in dieser Saison, nehme ich mir die auf jeden Fall ein bisschen genauer vor Und was ich mir das, war faço also am ende der strecke habe ich wirklich nicht mehr glänzen können bei den sprüngen aber die line hat auf jeden fall bock gemacht und für mich auf jeden fall eine tolle ergänzung zu allen anderen strecken hier in winterberg und auch wie sie die den platz von dem berg irgendwie genutzt haben mit den ganzen kurven man kann sich super schnell darauf einstellen definitiv einen besuch wert das gerne abo da leute wir sehen uns im nächsten video bis dahin haut rein ja